Oh, Bruder! Ich glaube, das habe ich echt nicht drauf. Bruder! Ich glaube, das habe ich echt nicht drauf. Scheiße! Bruder! Bruder! Das war doch klar! Diese Bridge ist fucking kacke! Die sauberes Holz, Alter! Warum muss die so rutschig sein? Ja! Stopp! Lauf! Uff! Das war mal ein Try! Jäger Ley! Ah! Ah Digger. Ohiv. Ich weiß nicht. Ich glaube, chillig reicht. Mach doch Flickflack und dann wegpflück. Nee, lieber. Und, go! Holy shit! Warte, warte, ich komm close an deine Fresse. Mach mal irgendwas mit diesem Wasser. Warum werde ich schon wieder? Ja, das ist ein bisschen besser. Das ist eigentlich geil, wenn du auf dem Boden liegst. Lieg mal ein bisschen weniger lächelnd auf dem Boden. Guck mal. Oh, der rennt. Sorry, ich hab mal gesehen. Okay, ready? Ja. Sorry. Ich glaub, das ist auch zu reich für euch, oder? Nee. Der war im Feld. Ja! Der war im Feld. Ein fester Feger. Ich kann hier zurückgehen. Okay, also. So gut? Ja. Fuckin' kalt, nigga. Hey, Alter, doch nicht so. Das sieht geil aus, weil du hast diese schwarze Silhouette. Das ist der tagged. Er ist aus Gott. Ich kenne dich nur. Ich kenne dich nur. Ich kenne dich nur. Ich kenne dich auch. Auf rein und in Liebe. Es ist nur, dass wenn du in das Fensterkrustel serien die ganze Zeit, die Leute zu gucken. Der Tag ist vorbei! Der Tag ist vorbei! WUH! Jetzt ist der Tag! Jetzt bin ich los! Wir haben die Eintrittschancen heute! Zwei Uhr Junge! Jo Leute, freut mich, dass ihr bis zum Ende geschaut habt und ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wir haben uns echt viel Mühe gegeben und viel Arbeit reingesteckt. Ich hab das Video jetzt zu Ende geschnitten und wollt noch ein kurzes Outro machen beziehungsweise noch ein zwei Worte zu dem Projekt sagen und ich glaube Loki auch. Ja, willst du was sagen? Na gut, dann nicht. Und zwar würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilen würdet, wenn ihr einen Daumen da lasst auf YouTube und wenn ihr einfach kommentiert und etwas dazu schreibt, also quasi eure Meinung, was ihr davon haltet, was wir besser machen könnten vielleicht oder ob ihr auch irgendwelche spezifischen Ideen habt für ein nächstes Projekt. Und wenn ihr das liked und teilt und so weiter, dann ist das natürlich Support für uns, für unsere Crew, für die anderen Jungs auch, die eben so viel, die sich so viel Mühe gegeben haben und das Ganze ist natürlich cool, wenn ihr das supportet, weil dann wird es davon auf jeden Fall noch mehr geben in Zukunft und mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir mit eurem Support rechnen können und dass wir dadurch noch viel mehr Projekte angehen können, die noch viel geiler werden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Euer Mango, bis dahin, ciao! Checkt unbedingt die Jungs auf Instagram und so weiter ab. Ich verlinke die gleich irgendwo hier oder ich habe die schon verlinkt. Und übrigens findet ihr den Song nicht auch so übertrieben geil? Auch da auf jeden Fall ein Shoutout an den Künstler, der diesen Song geschrieben hat und übelst krass ist einfach nur. Checkt den Song ab, steht alles in der Beschreibung. Dankeschön! Werden